Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategie- und Aufbauspielfreunde, zu Majesty Gold HD. Ja, ohne Umschweife gehen wir wieder auf die Missionskarte und starten die Wüfte Demon. Das geben wir alles und starten in die Quest rein. So, Krieger-Gelder ist da ganz weit hinten. Wird etwa schon gleich gehauen. Das ist schon mal klasse, dass das so nah an uns dran ist. So, erster Marktplatz hier hinten. Zweiter Marktplatz gleich mal hier unten. Und Guardhäuser bauen. Das war Call to Arms, nicht einen Helden ausbilden. Ich könnte eigentlich jetzt fast schon gleich neu starten. Und ja, die Gebäude von der Textroad nachher ausnehmen. Ja, ich habe schon mal nicht mehr genug Geld, um den Palast abzubilden. Ich kann eigentlich gleich neu starten. Ich darf sich übertreiben. Okay, ich starte nochmal gleich neu. Ah, das hier geht. So. Dann nehmen wir aber auch gleich die Gebäude von der Reparatur und Soliste. Okay, der Träufer wird die gleich umnutzen. ��로 noch ein bisschen. Ein Schritt näher, zur Oblivion. Ihre Majestöte, ein neues Bild ist voll. So, sieh mal. Ein Schritt näher, zur Oblivion. So. Ein Schritt näher, zur Oblivion. Da gleich mal den zweiten Marktplatz hinbauen. Okay, die Elfenlodge können wir dann aufbauen. Der Steuerantreiber hat zum Glück kein Geld. So, gleich mal einen Marktplatz erforschen. Hier auch gleich mal den Marktplatz erforschen. Gut. Aber das Garthaus ist schon ziemlich... ...down. ...down. Gut, dann hauen wir gleich schon mal die ersten Markttage raus. Ja, das ist schon mal praktisch, wenn der Troll gegen die Skelette kämpft. Dann gleich mal ein Garthaus hierhin pflanzen. Das ist wirklich was schon praktischer, Krypta-Priesterin zu haben und die halt mit der Unsichtbarkeit zu schützen, weil die bringen Skelette. Die Skelette sind gar nicht mehr so schwach, wie es mir scheint. Ja, weiß ich. Im Augenblick wollen wir uns ja auch eher darauf konzentrieren, äh, unsere Wirtschaft hier hochzubringen. So, wir haben jetzt bessere Marktplätze. Vielleicht kaufen unsere beiden Krypto-Priesterinnen dann da auch ein bisschen Haltränke, damit sie besser geschützt sind. So, da lasse ich jetzt mal den Markttag weg. Äh, wirklich gut, dass sie die Skelette wirklich so drauf achtgeben, da ich da gerade keine Visitors habe. Oh, der Krieger läuft weg von dem Troll. Und ja, da hier unten die Diebe sind, werde ich hier ein, ein, äh, Garthaus hinbauen, auf jeden Fall. So, und den neuen Markttag ausrufen. So, und den neuen Markttag ausrufen. Beziehungsweise, ich werde erstmal die beiden Marktplätze upgraden, bevor wir den dritten bauen. So, das heißt, wir können jetzt da schon mal einen besseren Markttag raushauen. Das bringt uns schon mal einiges mehr Geld. Die Kriegergelde wird zum Glück überhaupt nicht traktiert. So, und jetzt das ausbauen. Und als nächstes den Elfenbungalow, damit unsere Marktplätze auch mehr raushauen. Und dann können wir, und dann kümmern wir uns um den dritten Marktplatz. Ein dritter Marktplatz und auch mindestens zwei Verteidigungstürme. Und dann Marktplätze upgraden und dem Ganzen seinen Lauf lassen. Wenn wir Glück haben, sind wir bis Tag 15 soweit. Oh, jetzt habe ich sie gerade rausgeschmissen. So, wir können den Elfenbungalow bauen. Und ja, wir bauen ein Inn. Ja, ich finde es lustig, wie man das da unten sehen kann, das Inn. So, jetzt sparen wir auf den nächsten Marktplatz. Rufen auf jeden Fall in beiden den Markttag aus. Oh, und unsere Fontäne ist schon fertig. Sehr schön. Ha, hat sich die Mod deaktiviert seit dem letzten Mal? Muss ich die mal vorher aktivieren? Das könnte gut möglich sein. Das tut dem Ganzen jetzt aber gerade keinen allzu großen Abbruch. Hier oben beim Dings können wir dann einen Trade-Post bauen, sobald wir den dritten Marktplatz haben. Das tut dem Ganzen jetzt aber auch nicht so. So, wieder Markttage. Ich habe auf jeden Fall Glück, dass bis jetzt hier alles recht ruhig ist. So, den bauen wir da, wo wir können hin. So. Dann kann ich nämlich hier oben vielleicht noch einen hinsetzen, weil ich Glück habe. Ja, Skelethorn sind unterwegs. Und jetzt kann ich schon mal einen Trading-Post hier oben bauen. Kann ich nicht, weil wir zu nahe dem Marktplatz sind. Okay. Okay. Da könnte ich noch einen Marktplatz hinbauen. Auf den müssen wir aber erst mal sparen. So, jetzt baue ich erst mal noch ein Gard-Haus. Hier hin. Das nächste baue ich in die Nähe davon. Am besten hier übers Inn. So ungefähr. So, jetzt als nächstes dran kümmern, dass der Marktplatz ausgebaut wird. Der da wird jetzt von Troll... ...geschliffen. Okay. Das ist nichts, womit wir nicht fertig werden. So, jetzt mein letztes Gard-Haus hier hinbauen.